Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass sich das Coronavirus mit voller Macht rund um den Globus ausgebreitet hat. Seitdem ist mit den immer neuen Lockdowns nichts mehr so, wie es war. Und immer wieder geht der bange Blick auf die aktuellen Zahlen, auf die Impfungen beispielsweise, auf mögliche Lieferengpässe der Hersteller oder auch auf etwaige Nebenwirkungen. Fragen dazu an Oliver Kemmerer, er ist Manager des Nova Steady Healthcare Fonds. Einen schönen guten Tag nach London. Guten Tag, Herr Franeck. Ja, wie bewerten Sie denn das abgelaufene Jahr aus Sicht des Gesundheitssektors? Wo sehen Sie positive Aspekte trotz der Pandemie? Ja, der Gesundheitssektor hat sich sehr zügig auf die neue Situation eingestellt, was zum Beispiel die erhöhte Nachfrage nach Beatmungsgeräten, aber auch Schutzbekleidung und Krankenhausausstattung anging. Auch muss man sagen, dass die Biotechnologie zusammen mit der Pharmazie, aber natürlich auch der biomedizinischen Zulieferer eine Rekordleistung damit vollbracht haben, nicht nur einen Impfstoff, sondern mehrere gleichzeitig zu entwickeln. Deswegen verwundert es mich ein wenig, dass trotz steigender Gewinne diese Rekordleistungen der Gesundheitssektor etwas hinter dem Gesamtmarkt im Jahr 2020 hinterher hinkte. Und wo gibt es eher Minuspunkte bei der Bewertung des Sektors? Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Ja, das, was wir leider momentan so ein bisschen sehen, worunter wir leiden, war die Idee, dass man mit den bestehenden Kapazitäten genügend Impfstoffe herstellen könnte, um einen möglichst hohen Anteil der Bevölkerung durchzuimpfen. Wie wir nun wissen, ist das leider nicht erfolgt. Und das ist sicherlich ein Teil des Themas gewesen, der Länder und der Regierung, die hier früher hätten reagieren sollen, um das Investitionsrisiko, insbesondere was die Produktionskapazitäten und Herstellung von Impfstoffen angeht, den Hersteller etwas abgenommen hätte und hier frühzeitig investiert hätte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die pharmazeutische Strich-Biotechnologie auch ihren Teil dazu beigetragen hat, indem sie leider Gottes suggeriert hat, dass sie die nötigen Dosen liefern kann. Und dann, wie wir mittlerweile wissen, ist das leider Gottes ein Trugschluss gewesen. Das war natürlich nicht so schön. Wie spiegelte sich denn all das in der Kursentwicklung des Gesundheitssektors wieder? Sie haben schon ein paar Punkte, ein paar Themen angesprochen. Machen Sie es ein bisschen ausführlicher. Ja, sehr, sehr divers, wie der Gesundheitssektor auch ist, was uns sehr, sehr wichtig ist. Zehn Sub-Industrien, nicht nur ein Thema Biotechnologie oder Pharmazie, sondern sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle und Themen. Und ja, auf Ihre Frage zurück. Zum Anfang des Jahres haben natürlich Unternehmen gelitten, die relativ stark an der direkten Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen hängen, wie zum Beispiel hier Medizintechnik und Krankenhausbetreiber. Da natürlich alle nicht notwendigen Eingriffe zu dem Zeitpunkt einfach nach hinten verschoben worden sind, um die akute Behandlung sicherzustellen. Im Gesamtjahr hat sich die Situation hier aber klar verbessert. Natürlich standen viele diagnostische Unternehmen hier im Vordergrund, die dazu geholfen haben, natürlich zu diagnostizieren auf der einen Seite. Aber dann halt auch die biomedizinischen Zulieferer wie auch die Telemedizin, die sehr, sehr stark von der Pandemie profitiert hat. Und sie war wahrscheinlich, dass auch noch in Zukunft tun wird. Also Sie sehen, es hat sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Zum Jahresende war es aber ganz interessant. Konnte die Medizintechnik denn doch wieder stark aufholen? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja bekanntermaßen der weltweit größte Markt für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsdienstleistungen. Herr Kämmerer, welche Signale sind denn von dort zu vernehmen? Und hat der Wahlsieg der Demokraten etwas an der Ausrichtung der US-Gesundheitspolitik verändert? Positiv, positiv, würde ich sagen. Der Ausgang der Wahl und der Wahlsieg der Demokraten hat größtenteils dazu beigetragen, jedoch stark von Präsident Trump, von dem Vorpräsidenten, geschürte Unsicherheit im Gesundheitssektor hier auch zu dämpfen und zu vermeiden. Das heißt, wir sehen hier mehr Stabilität im Ausblick auf die Gesundheitspolitik der USA. Insbesondere, weil Präsident Biden durchaus die Politik seines demokratischen Vorgängerpräsidenten von Herrn Obama fortsetzen wird. Und der hat ja damals dafür gesorgt, dass mehr Amerikaner in den Genuss von Gesundheitsdienstleistungen und Gesundheitsprodukten gekommen sind. Das ist etwas, was Präsident Trump versucht hat, zurückzudrehen. Also insgesamt ist der Ausblick des weltweit größten Gesundheitsmarktes der USA sehr, sehr positiv, weil er jetzt um einiges planbarer geworden ist und stabiler als die Unsicherheit, die Präsident Trump geschürt hatte. Abschließend, Herr Kämmerer, unser Alltag wird sich in den kommenden Wochen und Monaten hoffentlich so schnell wie möglich wieder normalisieren. Welche Auswirkungen könnte das auf den Gesundheitssektor haben und welche Unternehmen könnten davon am stärksten profitieren? Ja, ich denke, man muss hier zwischen zwei Effekten differenzieren, die die Pandemie ausgelöst hat. Auf der einen Seite das Bewusstsein der Bevölkerung jetzt, dass das Gesundheitssystem unerlässlich ist und dass man im Zweifel lieber mehr Ressourcen vorhalten möchte als zu wenig, um insbesondere halt dieses ökonomische Lahmlegen, diese Shutdowns in Zukunft zu vermeiden zu können. Deswegen werden die Gesundheitssysteme sicherlich mittel- bis langfristig besser finanziert sein und mehr Kapazitäten vorhalten. Ja, und sicherlich so ab der zweiten Jahreshälfte, wenn denn ausreichend Impfstoffe verabreicht worden sind, sollte das normale Alltagsleben auch ein Stück weit wieder zurückkehren. Das bedeutet, dass die im ersten Augenblick nicht unbedingt dringend medizinischen Eingriffe nachgeholt werden. Auf der einen Seite, wovon natürlich die Medizintechnik profitieren sollte, aber auch Krankenhausbetreiber, die sich während der Pandemie ja relativ stark erst mal auf die Akutbehandlung von Coronavirus-Patienten beschränken musste, aber zusätzlich auch konsumnahe Unternehmen davon profitieren sollten, wie zum Beispiel Hörgerätehersteller, da viele Menschen denn wieder guten Gewissens zum Hörakustiker gehen können, um sich ein neues Hörgerät zum Beispiel anpassen zu lassen und dieses denn auch zu bekommen. Oliver Kämmerer war das, der Manager des Nova Steady Healthcare-Fonds zur aktuellen Lage im Gesundheitssektor. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Franeck.